Willkommen bei Gorilla. Mein Name ist Sandro Heimberg. Ich bin 32 Jahre alt und Koch. Ich komme aus Biel, dort arbeite ich auch. Und ich habe Koch gelernt, weil ich sehr gerne esse. Und das Coole an meinem Job ist, dass ich auf der ganzen Welt arbeiten kann. Ich kann in der Schweiz oder im Ausland arbeiten, siehe überall in Kochtöpfe. Italien, Spanien, Asien. Komme wieder zurück und bin motiviert und habe sehr viele kreative Ideen. Der Job als Koch ist manchmal sehr stressig. Stell dir vor, du musst 200 Essen innerhalb kürzester Zeit machen. Für mich ist es dann extrem wichtig, dass ich mich gut erholen kann. Dafür habe ich mein Boot auf dem Bieler See, mit dem ich sehr gerne fischen und relaxen gehe. Für mich ist es auch sehr wichtig, dass ich aktiv bin. Als kleiner Bub begann ich mit Kunsttonen, bin dann auf das Breakdance gestossen, habe dort coole Moves gelernt, auch dank dem Kunsttonen. Ich mache auch heute noch sehr viele Breakdance-Moves, weil ich dadurch fit bleibe. Im Gegensatz zu anderen Köchen, die viel essen und dann sofort in die Breite gehen, weil sie sich zu wenig bewegen. Für mich ist es das Ziel, dass wir zusammen kochen, mit Gorilla und darum machen wir jetzt ein paar heiße Moves auf der Herdplatte. Ich mache das ganze Moves auf der Herdplatte. Untertitelung des ZDF für funk, 2017